Ich glaube eher mein Browserverlauf. Der ist nicht so spannend. Chatverlauf. Kann ich auch zeigen, aber muss nicht unbedingt sein. Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich schon immer so gewesen, dass ich unbedingt Fußballerin werden wollte. Also ich hatte den Traum schon immer. Studiere aber gerade ja momentan auch nebenbei Sportmanagement. Also in die Richtung könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Früher habe ich auch immer gesagt, ich möchte Lehrerin werden. Eine coole Lehrerin. Aber so ganz konkret weiß ich es leider nicht. Ja, ich habe immer einen Glücksbringer dabei oder mehr. Also Glücksbringer und Schutzengel gleichzeitig von meiner Mama, weil ich jetzt ja auch schon zwei große Verletzungen hatte und der soll mich halt vor weiteren Verletzungen bewahren.